Undoubtedly, mit Kronstadt-Industries on their side, the Militia will increase their attacks tenfold. And so our contract obligates us to retire Robert and Sierra Knox and contain the damage they may inflict on Providence. I will leave you to prepare. So, man hat's schon gehört. Also, ich spiele Hitman 2. Ich mache diese Animationen-Schmuss Sierra Knox und Robert Knox eliminieren. Ich bin dieser komische Glatzkopf mit einem Barker auf dem Kopf, weiß ich warum. Aber, ich fange mal an. Wow. Das ist so. Die Innovation-Race ist auf der letzten Tag, und es kommt auf die Waffe. Tausende Fans haben sich für die finalen Länge dieser Ungewöhnlichen Runde geholfen. Sierra Knox ist expertly piloting ihre Red Kronstadt-Karren. Her Vater, Robert Knox, röhmt den Expo-Bilding, wo Kronstadt erzeugt ihren neuen Prototypen. Die Kronstadt RK Mark III hat gesehen eine färste competition aus der Chinesischen Kallroon-Heavy-Industrie neuen Racer. Moses Lee, CEO von Kau-Woo, hat eine dominante Leid genommen und sieht invincible. Sierra Knox muss alles riskieren, wenn sie für die dritte Jahr in der Welt gewinnen möchte. Die Stücke sind so hoch wie sie können. Das ist saftig! Also wir sind in Miami. Wir sind dieser ganz wette Kerl. Also erstmal den Scan. So! Was hast du da? Was ist das? Habe ich es bekommen? Ne. So. Wo muss ich hin? Was ist das hier? Ah, ich glaube, die ist im Auto drin. Ah, da ist er. Oh, oh. Filzen, alles gleich. Okay, okay, tschüss. Ich hau ab, ich hau ab. Ich kann mich bewegen. Hä? So, ich weiß nicht, ob du das halten kannst, aber die Plastik flippt gerade komplett aus wie ein Fuchschrauber und Flugzeug zusammen. Also ich bin ein ganzes maler Mensch. So, wo muss ich hin? Also als erstes versuche ich mal diesen... Was war das? Ah, ich fände auch. Er wusste, sei das. Was ist das? Wasser. So, ich gehe mal erst mal ins Kopf. Gebäude rein. Versuche mich irgendwie eine Verkleidung zu finden. Was ist hier? Hallo? Ne. Was ist das? Aha. Okay. Oh, was ist das? Schlüssel. Es geht ab. Es geht ab. Ähm. Tut mir leid. Du musst, ähm, hier rein. Ey, was klingelt hier? Ey, was klingelt hier? Oh, yo, das ist ein bisschen... Was klingelt hier so? So, jetzt habe ich mich verkleidet. Oh, was geht. Ja, danke, Mann. Oh. Kann ich damit jetzt das machen? Ist es tödlich? Ne. Ich kann es werfen. Ah, okay. Das kann ich werfen. Das ist gut. Kann ich es auch mal wegstecken. Oh, ich habe ein Didgeridoo. Didgeridoo habe ich gefunden. Saftig. Ich kann es jetzt wegstecken. Nein, Didgeridoo. So, ja. Jawohl. Okay. Ich habe nur ein Didgeridoo. Das ist kauf. Ey. Der ist gegen mich gelaufen. Was kann ich dafür? Was kann ich dafür, wenn der Ding nicht läuft? Alter, sind hier viele. Jawohl, er kennt mich. Ich muss irgendwie sein Kollege ausschalten. Seinen Wächter. Was habe ich zum Werfen? Ich habe keine Waffe. Wah. Okay. Okay. Horrorisch. Okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Nein. Ich will es anziehen. Da kann ich verstecken, aber die sind im Stern. Ich will es anziehen. Ähm. Hä, was habe ich für? Was muss ich machen? Ich muss sie disqualifizieren. Ich hau schon wieder ab. Ich hau schon ab. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist das knapp. Was geht ab? Didgeridoo, boy. So, gibt es hier irgendwas. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten. Ich muss warten, bis sie irgendwo eine Stelle gibt, wo sie allein ist. Aufheben. Weiter, weiter, weiter. Oh, scheiße. Hä, was habe ich gemacht? Warum treffen wir nicht die anderen? Junge! Es geht. Der Kopf nervt. Er hat sich umgedreht. Weg, 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 weg. Kann ich mich verstecken? Wie unbefugt zu betreten? Ich bin der Rennfahrer. Was gibt es hier? Gar nichts. Freistange. Pff. Wo ist sie? Da ist sie! Was macht die da? Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Was für die jetzt? Ich darf hier rein. Versteckt die sich? Ich... Versteckt die sich? Ey, diese Korps! Der nackte Typ. Ich war das nicht. Ist sie weg? Jawohl. Wo ist sie hin? Da hinten. Unbefugt! Ich weiß nie. Ist mir egal, ob das jeder sieht. Ich werde gleich. Ja, ich hau ab. Ich hau schon ab. Ich hau schon ab. Ich... Ich... Ich geh schon. Ich bin auch ein Promi. Was? Ich... Ist mir egal, ob der zieht aus. Scheiße. Junge! Scheiße! Jetzt wird gekämpft. Ihr wollt kämpfen. Die wollen kämpfen. Ist mir egal, ob ich sterbe. Wie sterben jetzt alle, Alter? Mein Aim ist auch saftig. Zack, Mann! Weg! Scheiße! Zack, Mann! Weg! 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 Oh Scheiße! Ey, wie viele noch? Wie viele noch? Ein Schuss! Kritisch. Ich muss rennen, ich muss rennen. Ich habe keine Waffen. Ich habe keine Waffen. Rein. Das Schlimme ist... Ich habe es nicht mal geschafft, die zu killen. Ich bin weg. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg, Mann. Ja. Wo ist Seranox? Down. Och maaaannn! Mehr Cops, alter! Okay, den kann ich killen. So, Dreieck. So, verkleiden. Kann ich irgendwo irgendwo hier reinstecken? Nein, kann ich nicht. Weiter. So, Treppen laufen. Wo sind die Treppen? Wo geht's runter? Jawoll. Okay, dieses Stockwerk. Das sind mir ein bisschen zu viele Cops. Es wird Zeit. Oh, das sind so viele! Ich lasse euch am Leben. Und du! Wir sterben! Stirb doch mal jetzt! Tut mir leid! Ich bin zu Külti! So, Mann! Jetzt endlich mal raus hier! Ist doch ganz einfach. Alle Menschen sind abgehauen. Irgendwann eine Schießerei. Ich weiß nicht, wie ich es überlebt habe. Ist mir auch egal. Ich wäre einfach hier weg. Ich glaube, das war nicht die beste Lösung. Oh, hier sind noch mal welche. Ich glaube, das war nicht die beste Lösung. Aber... Ist mir egal. Was geht, Kumpel? Der Ausgang! Der Ausgang! Die Freiheit! Es ist so schön! Aber hervor ich gehe! Wie dumm. Hallo. Ich wette immer einfach ab. Tschüss. Zack, so einfach. Ich habe auch gar nicht lang gebraucht. Was will der denn? Das war es mit meinem Endless Musti gefallen haben. Ich hoffe, du vergisst mich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.